Hallo und herzlich Willkommen zum Magura Video Workshop. In diesem Video zeigen wir euch nun, wie bei den modernen und aktuellen Felgenbremsmodellen von Magura die Cover gewechselt werden können. Dies funktioniert gleich beim Modell HS33 und HS11. Und wie auch dementsprechend bei beiden Modellen der Hebel im Falle eines Falles getauscht und gewechselt werden kann. Hier zeige ich Ihnen nun den Belagwechsel bei den Magura Felgenbremsen. Einfach mit dem Schnellspanner die eine Seite der Bremse abziehen. Der Belag einfach nur aufgeklipst, kann dementsprechend runter gezogen werden. Der neue Belag wird aufgeklipst, bis er hörbar einrastet. Belagwechsel auf der anderen Seite, einfach das Laufrad kurz ausbauen. Belagwechsel erfolgt dann wie hier gezeigt auch. Beim anschließenden Aufstecken des Adapters auf die Felge achten, dass der Bremsbelag von der Höhe her optimal wieder zur Felge hin eingestellt ist. Bei den Bremsbelägen gibt es von uns vier verschiedene Mischungen, die für die unterschiedlichen Felgentypen abgestimmt sind. Zangebremsen Abonniert Einfach mit dem Schnellspann Eher